Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 1045. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Ohne sterile Latexhandschuhe ist es nicht möglich, in diesem Bereich zu arbeiten. Ohne sterile Latexhandschuhe ist es nicht möglich, in diesem Bereich zu arbeiten. Wir haben den Vertrag per Handschlag besiegelt. Wir haben den Vertrag per Handschlag besiegelt. Wir haben den Vertrag per Handschlag besiegelt. Es geht schneller, wenn wir die Wand gemeinsam streichen. Es geht schneller, wenn wir die Wand gemeinsam streichen. Wir sind immer auf der Suche nach Altbauten zum Kauf. Wir sind immer auf der Suche nach Altbauten zum Kauf. Anna ist Prokuristin in meinem Unternehmen. Wir arbeiten seit 20 Jahren zusammen. Friedrich holt den fertigen Estrich aus der Betonmischmaschine. Friedrich holt den fertigen Estrich aus der Betonmischmaschine. Friedrich holt den fertigen Estrich aus der Betonmischmaschine. Wir haben ein Gebäude gekauft, das umfassend renoviert werden muss. Wir haben ein Gebäude gekauft, das umfassend renoviert werden muss. Ich war sechs Monate als Au-pair in Amerika. Was werden wir heute tun? Gerne unterbrechen wir unsere Arbeit für eine kurze gemeinsame Pause. Die Pflanze muss noch wachsen und braucht dafür viel Licht und Wasser. Diese Schuhe bringen mich um. Ich kann darin nicht laufen. Ich will nicht mehr mit dir streiten. Ich will nicht mehr mit dir streiten. Ich will nicht mehr mit dir streiten. Lass mich in Ruhe. Du machst mir Angst. Diese Pflanze bringe ich direkt zum Auto des Kunden und sorge für einen sicheren Transport. Hallo Annika, kennst du mich noch? Hallo Annika, kennst du mich noch? Ich verbringe viel Zeit mit meiner Tochter, obwohl ich von meiner Frau geschieden bin. Ich verbringe viel Zeit mit meiner Tochter, obwohl ich von meiner Frau geschieden bin. Ich verbringe viel Zeit mit meiner Tochter, obwohl ich von meiner Frau geschieden bin. Wie oft am Tag Zähneputzen empfehlenswert ist? Wie oft am Tag Zähneputzen empfehlenswert ist? Wie oft am Tag Zähneputzen empfehlenswert ist? Hängt davon ab, was du gegessen hast. Ich bin in Rom angekommen. Die Sonne scheint. Das Essen ist gut. Ich bin in Rom angekommen. Die Sonne scheint. Das Essen ist gut. Ich koche sehr gerne und lasse mir immer wieder neue Gerichte einfallen. Ich koche sehr gerne und lasse mir immer wieder neue Gerichte einfallen. Ich empfehle diese Tabletten. Sie werden aber von der Krankenkasse nicht bezahlt. Ich empfehle diese Tabletten. Sie werden aber von der Krankenkasse nicht bezahlt. Wer aus drei Metern Entfernung einen Tischtennisball in den richtigen Becher wirft, darf sich etwas wünschen. Ich muss heute im Bett bleiben, weil es mir nicht gut geht und ich Fieber habe. Ich muss heute im Bett bleiben, weil es mir nicht gut geht und ich Fieber habe. Ich muss heute im Bett bleiben, weil es mir nicht gut geht und ich Fieber habe. Die Socken sind gewaschen. Jetzt können sie auf der Wäscheleine getrocknet werden. Die Socken sind gewaschen. Jetzt können sie auf der Wäscheleine getrocknet werden. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Ich muss jetzt auf der Wäscheleine getrocknet. Ich muss vor, wenn es mir nicht gebrochen wird. Ich muss dieses Bilden, wenn es mir nicht gebrochen ist. Ich gebe dir die Beτί sind eine Beispiele, oder da, da, da. Vielen Dank.